hallo hallo und willkommen bei einer neuen folge von castle crasher ja wir sind auf dem mond ja zumindest heißt also der ort zum hund oder so was kommt denn da diese dicken hasse ich wie die pest weil du an die nicht dran kommst das ist jetzt gerade geil so müsste eigentlich schon ganz schön schaden genommen haben vielleicht steht da ja dann auch schon gleich nicht mehr auf vollkommen steil erwischt na komm dieser sack der nervt da ist tot geht doch jetzt nur noch du hier na also hat doch geklappt und du super noch so ein da kommt freude auf denn der macht so spaß zum glück sind die nicht sonderlich intelligent irgendwie angreifen tun die mich eigentlich auch nicht wirklich ouch na komm jetzt stirb zu mehr taugt ihr doch gar nicht der dicke der muss sterben na komm gib schon viel dürfte nicht mehr sein bestimmt kommt da noch mal einer oh endlich i hate you so also noch so einer aber nur er alleine so 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 Was die aushalten, gell? Boah! Unfassbar. Alles, da kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass man die besiegen soll. Hätte ich mal ein paar normale geklebt, ne? Zack, zack! Hey, wohin? Ah, schon tot. Oh, Banane kann ich gut gebrauchen. Ein Pilz mit einem Apfel drin. Oh, viele Gegner. Ich krieg' ein paar Schläge ab. Schau mal denn hier. Ich bin jetzt gewusst, dass ich gleich ein Level abhabe, hätte ich keinen Trank nehmen müssen. So. Einer weniger. Oh, nein! Was? Da sind zwei Tränke getrunken. Oder ein. Ich will aber hier hoch. Ich glaub, das ist auch der richtige Weg. Ne. War klar, ist nur ein Apfel drin. So, jetzt sind wir ja fast beim Mond. Oh, was ist denn hier? Mond gestalten, oder was? Tschak, tschak! Jau! Es tut doch weh, was ihr da macht. Oh, was ist denn hier? Oh, was ist denn hier? Schade, dass mit dem Fliegen draufhauen, das funktioniert so nicht mehr. Die sind wahrscheinlich zu schwer, weshalb die nicht so fliegen. Eigentlich ziemlich interessant. Auch wenn man die so, ähm, kickt, also so werft. Wirft man nicht. Die fliegen nicht so weit. Also die, mit der schweren Plattenrüstung. Finde ich gut gemacht eigentlich, aber für mich ist das natürlich nicht so gut. Ich finde das scheiße. Bei denen klappt das wahrscheinlich. Ja. Bei denen geht das. Aber die hier, die sind so massiv schwer. Das finde ich schon sehr interessant. Was die an sowas denken, ne? Oh, ich werde immer höher. So, jetzt ist es kalt. Toll. Oh, die werfen mit Schneebellen. Dann soll das wohl Eskimos sein, oder sowas. Oder Bergmeskimo. Oh, ich werde das wohl. Das wird ja immer schwerer, das Spiel, glaube ich. Also ist natürlich logisch, dass das schwerer werden muss. Aber muss es so schwer werden? Zack, 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 zack. Aber, Arschloch. Ohne Banane. Gefrorene Banane, wohl bemerkt. Unessbar. Aber genießbar. Bananen am Stiel. Bananeneis. Naja, warum nicht, ne? Yeah. Na, wenn die jetzt nicht tot sind. Au. Das ist natürlich jetzt praktisch, dass sie damit beschäftigt sind, in ihrer Bahn mit Schneebellen zu werfen. Da kann ich jetzt hier den einen ganz gemütlich zerstören. Und dann kommt der nächste dran. Boah, ja. Der ist tot, von Anfang an. Das müssen wir gleich nochmal so probieren. Hohoho. Yeah, weiter geht's. Und du auch, oder? Halt den Ball so lang, wie es geht, oben. Wahrscheinlich gibt's keinen Erfolg. Boah, der müsste schon hackbleich sein. Uiuiuiuiui. Ha. Jetzt ist genug. Witzig wäre, wenn er jetzt aufstehen würde. Boah. 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 Das war's. Zack, 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 du Schneewerfer. Oh, was kann der denn? So, jetzt seid ihr dran. Yeah. Du willst mit der Glutti-Seite, gell? So, sollte eigentlich reichen, oder? Oh, der lebt noch. Ja, das sollte gleich. Stirb. Geht doch. Oh, schon wieder so. Du, 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 du. Steh nicht wieder auf. Tu uns den Gefallen und steh nicht wieder auf. So. Hast du genug, ja? Sehr gut. Wolle ist. Du, 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 du das gibt es ja nicht jetzt aber ich nehme das hier lieber was hat das denn für werte wo ein pinguin tipp 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 ja so macht man das jetzt habe ich euch in der mann zack zack so schauts aus die pinguin steht einfach da so her cool xaug ist da endlich räumt hier mal einer auf was sind wir denn hier jetzt ok einfach ganz schnell durch es ist hier auch so ohne neue waffe leider doch die kommen doch die 20 meine fleischkolle die finde ich gut lasst mich rein ich will meine prinzessin es wird mal wieder zeit dass wir wieder mal eine kriegen bis davor ähm was ist jetzt oh aha Aha. Hier, Watson. Ach so. Hä? Ach so, da müssen wir hüpfen und bei Pfeilen müssen wir Schild benutzen. Also da muss man jetzt genau hinhören. Aha. Nach dem Roll müsste jetzt hier ein Bogen kommen. Da müssen wir hüpfen. Bogen. Hüpfen. 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 Bogen. Hüpfen. Hüpfen. Bogen. Hüpfen. Bogen. Hüpfen. Scheiße. Scheiße. Jetzt hüpfen. Bogen. Hüpfen. Bogen. Oh man. Hüpfen. Hüpfen. Ha, geschafft. Boah. Hey, der Kolben haut rein. Jetzt habe ich auch noch das Falsche benutzt. Schön. Hüpfen. 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 Bogen. Hüpfen. Sie friert. Kein Wunder. So. Was macht der? Aha. Da wo es so gekräuselt am Boden ist, kommen dann so Splitte. Ist das alles, was du machst, oder? Oh, ah, okay. Okay. Ah, da wo er Blitze macht, also diese Eisflächen werden immer mehr. Oh, jetzt lässt er auch noch so Dinger runterfallen. Hilf, da haben wir. Das sieht doch schon mal gut aus. Du lachst gleich nicht mehr. Au. Das ist natürlich das Problem, dass er einen immer weniger... Lässt. Puh. Nee. Jetzt müssen wir ein bisschen die Eisblitze oben am Boden ignorieren. Dann werden wir ein bisschen wieder runterkriegen. Aua. Boah. Boah, Wahnsinn. Einen Trank hätten wir einen Notfall dann. Aua, 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 Aua. Wir schaffen den. Aua. Aua, 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 Aua. Wir kriegen ein bisschen Beute, ein bisschen Beute. Sehr gut. Prinzessin, du bist befreit. Yeah, fehlt uns nur noch einer. Ja, super duper. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Übrigens. Ja, sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Das ging ja ratzfatz. Ich weiß nicht alle deine Fertigkeitspunkte verwenden. Bist du sicher? Nein. Ich will die noch verteilen. Ähm. In Geschwindigkeit. So. Nächstes Gebiet. Abflug des Zauberschlosses. Ist das das Letzte? Weil nach oben geht's ja gar nicht mehr. Ich glaube, wir kommen so langsam ans Ende des Spiels. Das finde ich interessant. Das finde ich gut. Sandwich ist in Ordnung. Ja, super. Ja, saugeil. Ich glaube wirklich, dass wir uns dem Ende nähern. Ja, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, genau. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht hinzuzufügen. Und ja, bis bald. Ciao.